Es geht hier also um den Sieger des Prix Biemény 2014 in der Kategorie Ferienhotel Gross. Und wie heisst es so schön? Der Winner ist das Parkhotel Schöneck Grindelwald. Herzliche Gratulation! Vielen herzlichen Dank. Ich habe unser Mitarbeiterteam mit auf die Bühne gebracht in diesem Herz. Denen gilt das große Dankeschön. Unserem tollen Team möchte ich hiermit all meinen Dank ausrichten. Ihr seid super. Ich möchte aber auch meiner Frau Anja ganz herzlich danken. Wir sind ein ganz tolles Gespann. Sie sitzt nämlich auf dem Kutschenbock und hält die Zügel in der Hand. Und ich bin der grumpige Esel, der vorne am Karren schreist. Schöner Abend. Merci. Danke. Gratuliere. Danke. Herzliche Gratulation auch von meiner Seite an das Parkhotel Schöneck.